Musik Hallo Leute, diesmal habe ich She-Hulk Deconstructed dabei. Dies ist der erste Sammelband der Hulk-Serie, ohne irgendwas davor, die nach dem Civil War 2 erschienen ist. In der wiederum Jennifer Bortos alias She-Hulk die Hauptrolle spielt. Darum heißt der Sammelband jetzt auch She-Hulk, was aber wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass eben wahrscheinlich diese Sammelbände dann eben so auch weiterlaufen, wenn die Legacy-Bände dann kommen. Das heißt dann wahrscheinlich, dass der erste Band mit She-Hulk Legacy dann wahrscheinlich einfach der dritte Band dieser Reihe sein wird. Aber ansonsten ist hier einfach eben die reguläre Serie von Hulk, also Hulk-Serie drin, wo eben nur Hulk steht. Ja, und dies baut natürlich wiederum auf den Ereignissen des Civil War 2 auf. Sprich, Jennifer Bortos wurde als She-Hulk von Thanos schwer verletzt, war lange im Krankenhaus. Und ihr Cousin Bruce Banner wurde von Hawkeye getötet. Ja, und komischerweise läuft Jenny nicht mehr als She-Hulk durch die Gegend, sondern als sie selbst. Was sie ja eigentlich nie gemacht hat, außer während des Den-Slot-Runs. Ansonsten ist sie ja eigentlich immer She-Hulk und wir merken das auch schon gleich, dass ihre Wohnung nicht darauf ausgelegt ist, als sie in den Spiegel gucken will. Ja, der Spiegel etwas zu hoch für sie hängt und sie nicht mal reingucken kann. Ja, dementsprechend fragen wir uns, was ist mit ihr los, wieso guckt sie nicht mehr in den Spiegel. Gleichzeitig bekommen wir mit, sie guckt die ganze Zeit nebenher auf irgendwelchen Laptops und Handys und immer zu irgendwelchen Kochvideos. Sie ist mitten in der U-Bahn und wir merken hier schon, dass das eine extremst angespannte Situation für sie ist. Und sie beginnt, ja, in einer neuen Kanzlei namens Rio, Barber, Zacker und Scott. Was ich ja jetzt erstmal nicht verstehe, weil sie ja vor ihre eigene Anwaltskanzlei hatte. Wieso sie jetzt woanders anfängt, verstehe ich jetzt nicht, weiß ich jetzt auch, wird hier auch nicht erklärt. Ich hoffe, dass da vielleicht die Vorgänger-Serie Antwort gibt, die ich im selben Atemzug gekauft habe, aber eben noch nicht gelesen habe. Ja, und in dieser Kanzlei bekommt sie aber so auch gleich so die Fälle aufs Auge drückt mit eben eher nicht-humanen Klienten. Und ja, so ist auch gleich ihr erster Klient etwas, was nicht so wirklich menschlich ist. Ich habe aber bis jetzt nicht ganz verstanden, was es ist, aber egal. Diese junge Frau namens, da muss ich nachgucken, Meise Brain. Brain, wie Braun geschrieben, nur mit Ehen. Ja, diese hat plötzlich das Problem, ihr Mietvertrag wurde ihr fristlos gekündigt. Es gibt eigentlich keine wirkliche Begründung. Und sie sucht natürlich jetzt eben Hilfe bei unserer Jenny, weil sie sich nicht selbst zu helfen weiß. Sie will auch diese Wohnung nicht verlieren. Da fühlt sie sich sicher und alles. Ja, und natürlich versucht Jenny, das auch alles zu klären, begibt sich zum Beispiel auch zu dem Vermieter hin, stellt ihm zur Rede, dass das alles ungesetzlich ist, was er macht und dass er sie nicht einfach so rauswerfen darf. Ja, aber so nebenher bekommen wir eben auch jetzt so mit, wieso Jenny eben als Jenny rumläuft und nicht als Hulk, was ja für sie untypisch ist. Und zwar leidet sie, klar zu erkennen, unter einem posttraumatischen Stresssymptom, einmal ausgelöst eben durch den Kampf gegen Thanos und natürlich eben auch durch den Tod von Bruce. So erleben wir es zum Beispiel, als sie im Fahrstuhl zu ihrem Apartment sitzt, wie dieses Eingesperrtsein, ja, ziemlich an ihren Nieren zerrt. Und ja, als sie dann endlich angekommen ist, in ihrem Stockwerk sehen wir, ja, dass sie eben das Bedienfeld von dem Fahrstuhl zerschlagen hat. Wir sehen sie aber nicht in verwandelter Form. Wir sehen sowas immer nur maximal mal angedeutet, dass sie sich verwandelt. Und immer wenn dieses stattfindet, fängt sie an, sich irgendwelche Kochbücher anzuschauen. Ja, und das ist auch dieses Problem. Sie hat halt immer wieder diese Phasen, wo eben ihre Kräfte drohen, außer Kontrolle zu geraten. In den simpelsten Situationen zum Beispiel sieht sie, wie Kinder gerade spielen, wie der Hulk besiegt wird. Und natürlich war ja nun mal der Hulk ihr Cousin. Und da passiert es fast, dass sie zu diesem Zeitpunkt fast grün sieht und aushalkt. Gerade noch so sich zusammenreißen kann und auch ziemlich unhöflich alle anmacht, die sie dann ansprechen und ihre Augen grün werden. Also jegliche Eigensituation des Alltags ist für sie zu der Zeit schwer. Und eines Tages kommt sie eben auch zu sich ins Büro und ja, total angespannt und schafft es gerade noch so, so ein Kochvideo zu starten, um nicht auszuhalten. Ja, und gleichzeitig bekommt sie aber einen Anruf und zwar von ihrer Klienten, Mace Brain, 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 keine Ahnung, also von dieser jungen Frau, dass sie jetzt unbedingt Hilfe braucht, dass der Vermieter vor der Tür steht und reingelassen will. Aber da sie ja gerade mit ihrem eigenen Problem beschäftigt ist, ja, geht sie nicht ran und lässt ja ihre Klienten im Stich. Ja, und dies wird Jenny noch in den Hintern beißen. Mehr werde ich dazu jetzt nicht sagen. Ich muss sagen, richtig geil geschrieben, das ganze Ding. Und ja, man wartet das ganze, diese ganze Story über, das sind sechs US-Hefte, darauf, dass Jenny aushalkt. Und sie heilt ewig nicht aus, ne. Ja, und man sieht aber wirklich, wie zerrissen sie ist, wie am Ende sie ist. Es gibt eine Stelle, da hat sie eine Traumsequenz davon eben, wie Bruce sie besucht im Krankenhaus und er den gerade gehen will und plötzlich hat er einen Pfeil im Kopf und fällt auf ihr Bett, ne. Ist klar, was dann passiert, ne. Also wirklich sehr emotional gemacht, sehr interessant. Und ich hoffe nur, dass Panini uns diesen einen Band bringt. Also ich höre ja nichts Gutes über die restlichen fünf US-Ausgaben, aber dieses Ding ist wirklich emotional richtig geil, richtig interessant geschrieben. Ja, und diese verstörte Jenny, ja, man fühlt regelrecht mit ihr. Sie tut einem leid, man macht sich Sorgen um sie. Also man ist wirklich emotional richtig gepackt. Man fühlt mit Jenny einfach mit, ne. Und wie dann auch noch über ihr dann alles zusammenstürzt, weil sie es eben im Endeffekt selbst versaut hat, auch wirklich gut gemacht. Also ich hoffe wirklich, Panini entscheidet sich uns, wenigstens diesen einen Band zu bringen, ne. Weil er wirklich einfach gut ist, ne. Leider ist ja natürlich das Problem, es gibt keine 100% Marvel mehr, es gibt keine Marvel Max mehr und Marvel Exklusiv. Gibt's das noch? Sehe ich auch gar nichts mehr von. Also es gibt ja scheinbar nichts mehr, wo sie sowas dann mal veröffentlichen könnten, so als Einzelveröffentlichung. Das ist ein bisschen schade. Ja, denn ich denke, ihr habt's ja alle mitgekriegt bei Team Comic Fan 86. Äh, André redet nicht besonders gut über die restlichen 5 Ausgaben. Und so wie er zumindest jetzt die letzte Ausgabe geschildert hat, äh, scheint das auch wirklich nicht so interessant zu sein, ne. Aber ich hätte jetzt maximal die Hefte einzeln kaufen können und ich warte dann doch eher auf Sammelband auch dort, dass ich den mal im Sale habe, ne. Aber das Ding war wirklich richtig, richtig geil. Äh, sollte jeder mal reinschauen. Also das macht richtig Spaß einfach. So, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss Leute!